Was für klasse Gästen? Ich geh in die... Jetzt komm in die dritte. In die dritte auch? Ja. Dann mach ich dann ein Einzelhandelskaufmann. Dann werd ich tätowierer. Tätowierer? Ja. Ist gerechnet, wieso? Nein, ist ein leibende Hauten. Aber zuerst mag ich es so wie einmal ein Anstreicherlehre machen. Damit ich wenigstens eine Lehre hab. Je viel Bäckerl kriegst viel. 2.000 Euro. Das ist ein Umsatz vielleicht im Monat 30, 40.000 Euro. Und was du jetzt erkaufen trug, wenn du so viel Geld hast? Nein, wie der Maschinen und so. Immer investieren. Immer investieren in die Arbeit. Das ist eh gescheit. Von wem hast du das gelernt? Papa. Wer investiert auch? Nein. Ich versaufe alles. Nein. Mein Papa ist 11. Jahrhundert. Danke.